Und die Boxentüren haben sich geöffnet für den großen Preis der Sparkasse Krefeld. Nordico übernimmt sofort das Kommando, führt vor Simba in zweiter Position. An der Innenseite sehen wir Firestorm als drittes Pferd, begleitet an der Außenseite von Invader. Und am Ende des Feldes, da sehen wir die Farben von Eric. So geht es in den ersten Bogen hinein, bei doch recht ansprechender Fahrt für dieses kleine Feld. Nordico zeigt den Weg mit zwei Längen, führt vor dem Favoriten, vor Simba. Dahinter ist Firestorm aktuell drittes Pferd, Invader in vierter Position und Eric bleibt zunächst einmal am Ende des kleinen Feldes. Die Gegenseite ist in diesem Moment erreicht, Nordico und Daniele Porku mittlerweile mit dreieinhalb, vier Längen vor Simba. Dahinter sind es zweieinhalb Längen bis zu Firestorm in dritter Position vor Invader und am Ende des Feldes, da lauert nach wie vor Eric. Die Pferde sind Mitte gegenüber unterwegs, es gibt keine Positionsveränderung. Nordico mit Daniele Porku führt, dahinter ist Simba mit Eduardo Pedrosa, vor Firestorm mit Adri de Vries. Invader Philipp Minarik und Stefan Helin mit Eric bleibt am Ende. In diesem Moment geht es in den Schlussbogen hinein und die Farben von Eckhard Sauren, Nordico, die zeigen nach wie vor den Weg. Vor Simba, der wird ein wenig näher herangeführt von Eduardo Pedrosa, dahinter Firestorm, Invader und auch Eric macht ein wenig Boden. Gut, es geht in Richtung der Zielgeraden, Nordico marschiert aber Simba und vor allem Eric an der Außenseite rücken deutlich näher heran. Dahinter Firestorm und dann Invader am Ende des Feldes. Nordico, was hat Daniele Porku gespart? Nordico vor Simba, Eric in der Bahnmitte, macht spürbar Boden gut, Nordico mit Simba. An der Außenseite Eric, der Dreijährige setzt hier nach, an der Außenseite Eric mit Nordico, an der Innenseite Simba wehrt sich zwischen den Pferden. Aber Eric ist vorne, Eric vor an der Innenseite, Nordico dahinter, Simba kommt jetzt wieder auf Touren. Eric ist vorne, Simba kommt wie in Hoppegarten. Eric vor Simba an der Innenseite, aber Eric legt zu. Eric, der Derby vierte gewinnt, Eric gewinnt dahinter Simba, dann ist es Firestorm von Nordico und vor Invader. Der vorläufige Einlauf für das sechste Rennen des Tages, großer Preis der Sparkasse Krefeld. Erfolgreich war die Programm Nummer 2, Eric mit Stephen Hillin. Zweites Pferd war die 4, Simba mit Eduardo Pedrosa und auf Platz 3 war es die 3, Firestorm mit Adri de Vries. Vorläufig heißt das 2, 4 und die 3. Ja und das war die Sirene der Rennleitung. Es gibt eine Überprüfung durch die Rennleitung.